hallo doch das ist jetzt nicht einfach ich dachte jetzt kommt so ist und willkommen ein sommerspecial oder sowas heißt und du so ganz noch mal so das ist aber sehr hoch also das ist genau ja ist gut musst du jetzt nicht zeigen aber ich habe jetzt irgendwie was ich dachte du hast dir was schönes überlegt und begrüßt jetzt alle voller tatendrang und habe ich doch ich habe hallo gesagt wer wer ist denn die nummer vier bei euch everton er hat halt die fucking ca7 schuhe sehe ich gerade bei mir er ist ja auch portugies ja also auf jeden fall willkommen zum sommer special special und zwar von absolut was special special so wie damals bei also ja zum special von eigentlich gar nichts weil es kann ja kein spezial von irgendwas geben was es eigentlich aktuell nicht gibt aber es ist trotzdem ein spezial weil es existiert ja an sich genau nur nicht in dieser season richtig also im herbst geht es weiter weil es ist ein spin-off okay rippa obwohl er das ist ein sso und sommer spin-off okay ja wir spielen two heads also der eigene modus von fifa den nur wir beide haben er richtig mit der pushen taste genau und wir spielen heute mit nürnberg so spricht man das original aus in fränkisch also auch fränkisch ja da hast du recht und wir müssen auf jeden fall die aufstellung ändern weil das sind halt alles ja götter richtig bis auf sali richtig und deshalb müssen wir da was umstellen weil sonst kommen wir damit nicht klar richtig weil unser power level nicht hoch genug ist um das zu bewältigen ihr hat halt wirklich absolut gar keinen pacern das ist halt richtig traurig sind aber in realität eine der schnellsten teams der zwei liege gewesen ja wir jetzt wahrscheinlich auch aber trotzdem wenn alle nur so 70 pace haben aber lasaga zieht euch schon hart runter der ist gar nicht so langsam wie lange braucht er auf 100 meter dreieinhalb minuten und zwei chicken wings die chicken wings sind wichtig weil ist sein 4 oder was das treibt ihn an das sieht er jedenfalls aus wie wärs wenn die so spielen ja so weil das hat langsam aber ja ja aber mürwald spielt dann so ungefähr wie in jester oder david silber bei spanien 2010 bestimmt ich such mal mein outing als veganerin war schlimmer als mein coming out es interessiert fucking niemanden ob du veganer bist dann was für outing es war wahrscheinlich auch nur so schlimm weil sie gehatet wurde weil sie es eben sagen groß sind ja an die große leinwand gebracht hat zitat auf einmal interessieren sich alle dafür was ich in meinem mund habe was für ein zitat das ist fleisch äh gegen der gefunden wird die äh dave ja wir gewinnen jetzt gegen leeds oh shit du weißt wer jetzt da ist ne im sturm wahrscheinlich pml oder ja oh grad noch gehatet ne und jetzt fickt er uns weg oder er spielt nicht das ist er da schauen wir an mhm ja kommt gut hin oh das könnte sein oder da im mittelkreis ja ne nein wie er oh Patrick wo machst denn du da äh ich wollte wie er schon wieder nervös ist weil er aufnimmt alter hallo das ist halt eine reine lüge lala sogar spielt nicht das ist Skandal zu langsam wahrscheinlich oh what alter Enrico oh jo Enrico wie in Realität erst pennen und dann retten der passt war aber halt nice gespielt danke ich passt naja so geil ist es nicht ne mit zwei Stimmings doch weil es Relak und so weißt du der macht jetzt Kischt aus der liegt jetzt ab und Stefaniak ist scheiße wie in Realität oh normal oh yes ja ohne DLS geht halt nicht ne das habe ich immer noch nicht verlieren 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 die Flanke war halt in Ordnung ja lalala Oljowski oh ja ei oh wow warum werde ich schon wieder abgewählt man was hast du mit diesem Spiel gemacht ich hab gar nichts dass du jeden scheißes Ball bekommst gib mir nicht immer die Schuld ey ich kenn da halt deine Hacks das bist du halt 100 pro um mein eigenes Team zu sabotieren oder was alter ohne Scheiß nur für deinen eigenen Fame oi mensch ey 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 rofe alter fabi wie sich nicht umdrehen kann ja die sind irgendwie alle extrem unbeweglich gerade oh god oh god ne ich hatte kurz Angst dass dir rüber geht ne göttlich durchgesetzt eigentlich immer noch ich hab eigentlich immer noch Angst dass dir rüber geht das ist weiter äh top net äh sehr schön äh 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 Petrak der muss gleich reinkommen und ein Tor machen oh da da buh nice äh äh ja tut mir leid der ist so unbeweglich alle sind unbeweglich die haben alle keine Ahnung oh jo das kann man mal so machen ne mit dem besten Spieler von Nürnberg äh äh Eddie äh immer happy der Typ so schlimm kriegt ne gelbe Karte und fängt erst mal das Lachen an und du denkst dir ok aber schön gemacht schöner Run super skill run ey mega die waren auch voll verwirrt davon dass ich immer nach oben links oben links oben links gelaufen bin so ist egal wie sie immer das Abspiel erwartet haben jetzt spielt er aber oh ne doch nicht aber jetzt jetzt spielt er aber sogar beim Abschluss hat er ja dann dich gedeckt hi wohin soll die Reise gehen dahin nice nice Schiri das war nix ne also super tech ich habe auch ohne Spaß fast den Ball berührt wow wer skippt da nicht ich ich höre beste verteidiger oh pfff oh hey du Ball was ist das alter alter f***n Anfall bei dem Keeper alter eh Warton verliert er das Kopfball-Duell auch noch nie gesehen sowas alter sehr nice sehr nice oh god optimistisch der sollte eigentlich auch viel mehr auf den Mann gehen aber kann er anscheinend nicht ist ja unser Stürmer und das war so ein schwacher Fuß nice hast du voll durchgedrückt oder was jaja natürlich muss sein oder was ich habe sogar Trickschuss gedrückt aber den wollte er nicht hohoho sehr nice das ist bei mir genau vorm Schuss abbricht beste Wiederholung ever oh scheiße was tust du da wie er denkt wir liegen acht Tore vorne ey wer nicht abspült nice ich habe doch gespielt guckst du auch mit deinen Augen nein ich gucke mit meiner Haut äh dich gucke ich mit meinen Augen oh ja das war jetzt sogar Manuel oh nein du du fake Mensch was du hast gefakt weil du den ausgewählt hast dann habe ich auf den gespielt und dann hast du abgewählt lauf zum Ball Junge ekelhafter yay wie macht man einen coolen Jubel äh L1X gibt es gar nicht oder ich glaube nicht keine Ahnung da schau yay diese HD Textur irgendwie man auch einen Jubel macht aber dann die Textur um die der Jubel geht ist so beschissen hast du auch gerade die Linien von der Laufbahn gesehen die sieht einfach ja komplett schrecklich aus das ist so wie bei Paint einfach ich glaube die haben es echt schnell bei Paint einfach gemacht so scheiße muss wir brauchen noch ein paar Linien Jungs der scheiße Lizenz ist abgelaufen für Photoshop ne immer schnell bei Paint oh ich seh ihn doch wen denn der Pontus was machst du da ich weiß nicht wie ich da hingehen soll mit einem Jubel wow Möwe alter wie erklärt er verkackt boom alter DJ Khaled bist du es ja wow alter wie schnell der ist er hat schießen gedrückt also hat er den Befragungsschlag gemacht nice fünf Tore beginnt doch gut ja kann nur noch schlechter werden ja jetzt kommt hoffentlich nochmal ein Scoping Kick ja das wird jetzt richtig geil ne hier mit den 60er Jungs da erwarte ich jetzt aber halt auch die Scoping Kicks Dave ne also die Messlatte liegt sehr hoch Alter ich hab Ito ich auch er hat der Tito auf seiner Karte oh oh mein oh shit holy shit Alter hab ich den gefickt den Clip muss ich dir speichern der muss in die Folge ok scheiße dann muss ich den hier aufnehmen ja ach ne ich kann ja auch bei YouTube hochladen ja Dave Augsburg Michi Gregoritsch na gut eigentlich müssen wir verlieren ne so als meine bayerischen Brudis vielleicht sollten wir die auch einfach in die Fresse schlagen denen oder mir also ist ok ich halte schon was aus oh 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 geh mir aus dem Weg man nein nein so Junge der ist so langsam für seine Größe ne das ist unfassbar meine Flangen sind so gut warum schießt du eigentlich keine Tore ey was soll ich denn da machen wenn da so ein Hitz ist ihn reinschlagen da musst du cool bleiben da musst du cool bleiben guck doch mal die Parade gegen Hitz musst du cool bleiben Mann der ist lustig ok klar ey mach ihn das war bei er Tom er schießt halt auch nicht so klingt Lob mittlerweile der was machst du Junge ich weiß dass wir den HSV spielen aber please lass die HSV Spielzüge ja komm schon jetzt aber so war das halt auch gestern mit luis das ist schon wieder eins dieser spiele ich habe angst du weißt ich mache das nie absichert ich kaufe dir neuen controller ohne scheiß aber in pink ist ja eh deine lieblingsfarbe anscheinend wo ist eigentlich unser fucking mittelfeld alter holt nimm das schlitzauge raus ohne scheiß nee der ist der beste wie konntest du nicht gefickt worden sein fiet und ich das ist die connection damals als wir noch zusammen beim hsv gespielt haben ich beschwere dass ich ein tor macht das ist auch unfassbar das stimmt halt auch gar nicht du verdrehst halt schon wieder die wörter worte oder wörter alles ich glaube eher worte die tatsachen auch das stimmt warum man ich habe nach oben gespielt kann ich nichts dafür wenn er 20 fucking passen hat man pass auf die doch bakery und jetzt ja jetzt kommt snack und die machen wir rein habe ich gehört ich bin lang ich bin lang ich bin lang aber ich halte die vorne der fliegt nicht mehr hätte schon gelandet hallo Mensch steffi steffi der hat die spielin ich habe perfekt gespielt wo wenn special folgen müssen aus besten solle gemacht werden der war halt schnitzen Ja. Aber den, den ich in der Arena gemacht habe vorm Spiel, war noch geiler. Alter. Ich habe mich den verarscht. Ich weiß nicht, wohin. Gott, ist der langsam. Das ist der schnellste bei uns. Nice. Also ich glaube, auf dem Feld ist er der schnellste jetzt gerade. Mit 79 Pace. Ah, okay. Weil so schnell sah der jetzt nicht aus. Nee, nee. Lutzis. Du bist halt immer noch so ein arroganter Ficker. Wie sie es halt wussten, die Spasten. Alter. Ey, komm. Was soll ich da machen, Mann? Länger auf der Taste bleiben, bitte. Wie lange denn noch? Bis er so weit aufgeladen hat, dass der Pass ankommt. Ja. Sonst passiert sowas. Dave. Bitte hör auf. Was habe ich damit zu tun? Alter, was kann ich denn machen, wenn Vito absolut nicht passen kann? Er hat halt 48 lange Pässe oder so. Ja, das sollte wohl reichen für dich. Nee. Du setzt doch sonst auch nur auf Pace. Was? Nein, nein, nein. Ja, bester Pass, danke. Von wegen, der kann nicht passen, ne? Alter, der spielt die göttlichsten Pässe in der Mannschaft. Ich glaube, das war nicht mein Schuss. Ich glaube, das hat er automatisch gerade gemacht. Weil ich bin eigentlich ziemlich sicher der Meinung, dass er schon am Boden war, als ich erst geschossen hab. Nice. Vielleicht wollte er ihn retten. Ja. Schön gemacht. Ja, der Luis. Zwei Goals und ne Vorlage. Ja, er ist halt. Zum Glück unser bester Spieler in diesem Kack-Team hier. Stark gemacht. Alles gewollt. Oh, ich hab Pace. Yes. Long Shot von da. Ja. Hätten wir noch einen Freischuss geben sollen, das wäre nice gewesen. Den wollte ich eigentlich auch nur. Yes. Nein, wie geil. Alter, fuck man. Wieso voll gefickt wurden? Von seinem Gebrüchen. DJ. Wie unnötig halt in der 90. Neices Ding. So, und jetzt zum krönen Abschluss, die beste Formation aller Zeiten, ne? Ja. Oh shit, Alter. Ein Verteidiger. Der Enzo. Der Rocco. Das Finale. Oh Gott. Das wird schwer. Das wird richtig schwer. Wow. Was? Achso. Ja gut, du musst aber auch behaupten, Ich muss gar nichts behaupten. Dass ich recht habe. Wenn ich sage, dass es halt doof war wegen seinem Turn, weil der es noch ewig gebraucht hat. Das ist meine Ausrede halt. Ganz unten. Immer noch. Sehr schön. Nice. Du weißt, ich hätte dir den Kopf abgerissen, wenn du dich gespielt hast. Ja. Ja, ich dachte erst, in der Mitte wäre vielleicht besser, aber dann sind die alle in die Mitte gerannt und alle unten waren komplett blank. Das ist halt das Gute, weil wir halt neun Stürmer haben. Äh. Wo kommt der denn her? Der war kurz an der Eckfahne pinkeln anscheinend. Achso, ich dachte, der hat mit dem Assistenten getratscht. Enzo. Nice. Oh, der Hanna, Alter, jetzt muss halt ein Tor fallen. Nice. Seilte. Ich bin gelegen. Alex, das ist da. Seid immer noch am Intro. Eigentlich hätte es direkt zum Drop kommen müssen. Dann machen wir einfach noch eins. Oh, das schafft man nicht. Doch. Warte. Scheiße. Warte, ich... Na! Oh, wow. Skorpion! Oh! Huah! Huah! Ui. Oh, yeah, baby! Süß. Oh, yeah, baby! Der schwulen Porno. Was? Gutes Foul. Äh, gutes Tackling. Was für Foul. Genau, oh. Nice, warum er den Links spielen muss. Oh, juhu. Aha, aha. Oh, okay. Ne. Ne. Hahaha. Nein, Alter. Aber gut, du hast es ja vorher schon angeregt, dass du ihn nicht machen möchtest. Und äh... Die gehören seitenausend. Nur zum Gegner. Wow. Oh, Claudius. Ne. Was spielen die denn? Wow, die spielen vier Verteidiger. Pussis. Sollen wir auf unserem Level spielen, ey. Echt mal. Oh, look. Na ja. Abseits. Ja. Perfektes Tegel von mir, ich weiß nicht was du hast. Alter, wie geil. Alter, wie geil. Äh... Was? Was? Es war nicht mal Abseits. Es sah strange aus irgendwie, aber... Es war kein Abseits, weil mein Kopf, ähm, war ein Ding. Was? Es war kein Abseits. Und was? Das ist besser. Was ist das? Es war noch schwer. Ich wollte wenigstens das Replay sehen, Brudis, ich hasse euch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 PSG, schon wieder Chilo, Chilo, die denkt sich auch nur, bitte nicht die gleichen, wir denken uns, geil, die gleichen, Keeper, und einer aus der CTA wird auch noch, ein richtig ekelhafter Werden bestimmt, jetzt wo Krista ist, also vielleicht, also ich dachte du hast einen direkt im Kopf, vielleicht der Fall Willi, Willi Westen, schon ist toll, Junge, Jesse, Facebook Benachrichtigung, Nee, nicht von mir Ich will ja nichts sagen, ne, er heißt M-Punkt, Matze, der neue Matze Ist da, ist auch M-Punkt Ja, nice Oh, 23 Alter, 127 Tage noch, dann ist Weihnachten Mir schon im Kopf ausrechnet Nein Was Yes Arjen Ja, nochmal Ja, nochmal Man ist hier zurück, an die Scheiße Guck mal, tolle Optionen da in der Mitte Süß, Alter, wie er dreamt, Alter, schauen wir an Dann fick ich ihn Schöner Pass Ich habe ihn in der Mitte, was für tolle Optionen Oh, wo ist der Skopi? Er nimmt ihn einen an Hallo? Schiri Schiri Hält mit ein bisschen Salz Nochmal Alter Ich hatte ja gehofft, dass er den Skopi macht Ah, du hast so die Cheat-Taste dafür, glaube ich Scheiße Ah, der ist so langsam, Charlie Abseits? M-m Alter, sind die Scheiße Die spielen halt mit einem Verteidiger Okay Sau geil Nee, er ist auch schlecht von denen Dann lobe ich dich halt nicht Doch für den Pass dürftest du mich loben Ey, Mann Ich will doch nicht Cross-Fart-Challenge machen Junge, das war halt der Gott-Pass Ach, Mann, ey, DLS Ich habe es vermisst Oh Gary Ey Warum hüpft er denn so behindert? Ja, ich konnte nicht mehr stellen nach vorne, tut mir leid Leute, sind die Kacke Hörst du? Wie sie denken, Alter Was? Oh, yes Oh, schade Okay, dann mache ich meine eigene Mach mal Alles geplant Darf ich trotzdem jubeln? Nö War aber knapp, oder? Nö Ich habe nicht drauf geachtet, hätte ich gesagt Deswegen Vom eigenen Mann, die Block Da kann ich halt nichts für, ne? Fick ihn Fick ihn Fick ihn Bravo, fick mich Yes Warte Oh 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 Oh, jetzt, oh, jetzt noch eins aber Oh, so klar Mann Ich wollte halt nicht mal ein Risiko eingehen, ne? Ich habe nur kurz überlegt, wohin ich spiele Zu Mariano Das fand ich Mann Au Oh, oh, oh Was, oh, oh Ich wollte gerade schon wieder einen Keeper rausholen Aus Reflexes Ich spüre übrigens noch mit, ne? Falls es noch keiner gesagt hat Ja Oh, oh Ach Ja, gut Die können nichts, die Gegner Claudia, komm Ich bin voll enttäuscht Ah, nice one Mann, Alter Alexi, warum hat er keinen Scopey gemacht? Ich weiß es nicht Er wollte ihn lieber annehmen Ja Finde es auch geil, wie Bravo eine 7,2 hat Mit diesem Pass halt Du warst vorher sein bestes Spiel für uns war Ja Was aber auch nicht sehr schwer ist Ja So, die hatten dann Statistik 21 zu 5 Wie? Weiß ich nicht Zwei Briten Davor Ich kann übrigens unsere Dinge auch immer noch nicht anschauen, ne? Davor war es ein 30 zu 19 Das waren zwei Deutsche Wie du dir bei Endzeit wahrscheinlich denken konntest Ja Die mit Augsburg waren auch zwei Deutsche Chris Kraft 93 Die hatten 78 zu 99 Oh Gott Und die Mitglieds hatten 151 zu 98 Und Dave hat mir ein Bild gesendet, das schauen wir uns jetzt an Ah, so sieht das bei Dave aus Also sehr viele Informationen auf einem Haufen Ja, absolut Dave Haben wir mal wirklich wieder nach Wahrscheinlich über elf Monaten Ne, Quatsch, oder? Wir haben noch Haben wir letztes Jahr Toads gemacht? Ja Achso, okay, dann dürften es acht Monate sein ungefähr Bin ich behindert? Ja, bin ich Ja, absolut sogar Also wir haben Wann haben wir denn aufgehört aufzunehmen? Wahrscheinlich vor der Vor der ersten Septemberwoche letztes Jahr? Ja, wahrscheinlich Ja Na gut, dann passt das ja sogar fast die erste Aussage Cool Finde ich nice Also eigentlich nicht, ne? Weil das würde ja heißen Ich finde es nice, wenn das wir überhaupt nicht mehr aufnehmen Das ist Dave sagt doch auch mal was Ich verstehe kein Wort Ich auch nicht Aber ich fand es nice, Dave Das freut mich Tust du es wirklich? Ne Warum bist du so wie du bist? Boah Wo fangen wir da am besten an? Na gut, Dave Hat Spaß gemacht Wir sehen uns Heute Abend wieder Ja In Vier Stunden Nicht mal Nicht mal, genau Und dann wird gesoffen Alter, I wish Aber ich fange ja jetzt schon an, Alter Ohne Scheiße, kannst du mich heute Abend in die Tonne drehen Ich habe vorhin schon angefangen Damit ich dich ertrage halt So viel kann man saufen? Ja Finde ich auch Jetzt, ne? Ähm Ja Ja Gut Ja Okay Würde ich sagen Also bei 3 Millionen Likes Sollte man das schon mal in Erwägung ziehen Ich habe auch selten ein Video gesehen, was so viele Likes hat Ja Gut, dann war es das für das Sommerspecial Und ich hoffe, heute ist noch ein Tag, wo es überhaupt warm ist Ich muss mich halt richtig pushen, das jetzt zu bringen, ne? Warum wird es wohl kalt, oder was? Ja Morgen halt 10 Grad Ja, in der Nacht vielleicht Nicht mal Quatsch, die ZXV 31 Grad bei uns Ja, bei uns ist es momentan auch Ja gut, Dave hat Spaß gemacht Wir verabschieden uns, ne? Meistens macht man das vom Ende, ja Ja, alles dann, tschö Atti